Moin ihr Gamer und recht herzlich willkommen wieder zu einem Let's Play Minecraft. Ja, ich bin hier auf dem Gommelserver und spiele wieder ein paar Runden Quick Survival Games. Und ja, wir warten jetzt erstmal bis wir eine Runde gefunden haben. Wenn da jetzt ein paar Leute dazu joinen, würde ich auch gleich starten. Und müssen wir auch nicht mehr so lange warten. Oh, cool. Gleich eine Kiste vor mir. Da auch noch zwei Kisten. Weiß, die kann ich mir erstmal alle holen. Oh, no. Wenn er kein Schwert hat, könnte ich ihn töten. Okay, er hat ein Schwert. GG. Zwei Herzen hatte er noch. Und das, obwohl ich keine Rüstung hatte und er schon. Schade. Naja, kann passieren. Der andere hat halt das Gute bekommen, dass er mich da runtergekickt hat. Gut. Da ist auch gleich wieder in unserer Nähe eine Kiste. Und ich hoffe mal, dass da auch ein Schwert dran ist. Weil ohne Schwert ist es immer doof. Natürlich. Wenn man vom Teufel spricht. Okay. Oh. Mein Gott. Oh, ich bin tot. Geilo. Ich brauche ein Schwert. Ich brauche ein Schwert. Ich brauche ein Schwert. Oh. Wow. Da hat mich ernsthaft einer bis hierher gechased. Wie man sieht, die Wunden laufen gerade perfekt. Ich kriege gerade immer die besten Sachen aus den ersten Kisten. Es ist immer toll. Ich bin schon wieder so gut wie tot. Oh. Ja. Ja. Putz. Ah, da brauche ich eigentlich gar nichts mehr machen. Die Kisten sind wahrscheinlich eh schon fast alle leer. Und ich habe diesmal wieder keine Kiste gefunden. Wir schaffen es heute noch eine Kiste mal zu finden, wo auch ein Schwert drin ist. 3, 2, 1, go. Ey, es ist doch nicht wahr. Wie viel Pech kann man denn in so vielen Runden haben? Immer noch kein Schwert. Ey, es ist einmal nicht wahr. Ich habe jetzt 6 Runden hintereinander keine oder gefühlte 6 Runden kein Schwert bekommen. Ich weiß nicht, ob es genau 6 Runden waren. Vielleicht waren es auch nur 5 oder 4. Aber es waren genug. Wenn da jetzt auch kein Schwert drin ist, ne? Wow, ich habe ein Schwert. Loll. Loll. Ja. Erster Kill. So, erstmal ein bisschen Brot fressen. Ja, der hat ein Steinschwert. Den schaffe ich nicht. Leider. Okay. Da hat irgendjemand ganz viele Sachen reingepackt in die Kiste. Sieben sind auch verbleibend. Oh. Der Pay-for-P-Skills. Er ist mal weg hier. Ich muss raggen. Ich muss raggen. Oh, da hat jemand noch hinter mir hier. Nein Er soll mich in Ruhe lassen Wow Wie war er ne bitte schneller als ich Ich bin gesprintet und gesprungen Egal Das war schon ne bessere Runde Der leckt gar nicht Der hatte auch ne Diaplatte Nein Oh Falschaden Ekelig Slash Hub Kommt wir irgendwo rein oder so Nein Jo Hängt das da erstmal Was zum Teufel war das Ich bin einfach in den Zuschauermodus gekommen Komm ich jetzt wieder in den Zuschauermodus So lange wie sich das wieder aufbaut Los geht's Ich würde dann sagen Das hier wird dann auch die letzte Runde sein Für diese Folge Und ja Jetzt Versuchen wir nochmal alles hier Oh Triple kill Ähm so Oh lot Was mich in Ruhe Möse reken So Lol, das sah erst so aus, als hätte ich ihn auch noch bekommen Ah, wäre ich gleich draufgegangen, hätte ich ihn vielleicht bekommen Aber egal Ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen Ja, der Anfang war ein bisschen katastrophal Weil die ganze Zeit irgendwie kein Schwert aus der Kiste kam Aber danach, wenn ich mal ein Schwert bekommen habe Dann lief es ja eigentlich relativ gut Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst doch einen Daumen nach oben da und schaut doch öfter mal auf meinen Kanal vorbei Tschüss und bis nächstes Mal